Vor vielen Monaten gab es einen riesigen Hype und einen riesigen Shitstorm um die Rapperin Loredana. Sie soll wohl eine Frau in der Schweiz um sehr viele Franken oder Euros abgezogen haben, meine lieben Freunde. Bislang sieht es so aus, als hätte dieser Shitstorm ihre Karriere gar nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, sie blüht noch mehr auf und ihre Klicks und Verkäufe gehen noch mehr in die Höhe, meine lieben Freunde. Also der Shitstorm oder besser gesagt die ganze Angelegenheit hat ihr mehr was Positives gebracht als was Negatives, würde ich jetzt mal so sagen. Wie es jetzt gerichtlich und ob sie da irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten hat, da werde ich bestimmt auf jeden Fall, da geht es bestimmt natürlich ab wie bei der Love Parade, meine lieben Freunde. Aber ihrer Karriere hat es auf jeden Fall nicht geschadet, meine lieben Freunde. Sie wird wahrscheinlich irgendeine Geldstrafe bekommen, aber ich denke mal nicht, dass sie in den Knast wandern wird. Sie ist, denke ich mal, nicht vorbestraft, von daher ist sie, glaube ich, ziemlich safe, würde ich mal so sagen. Also wir schweifen ein bisschen ab, meine lieben Freunde. In ihren letzten Instagram-Posts hat sie gepostet, dass die Rapper Mero und Enno ihrer kleinen Tochter Hanna oder Hina, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, meine lieben Freunde, ihr wisst es, glaube ich, besser als ich, da steht auf jeden Fall Hanna drin. Danke an Enno und Mero428 für die coolsten Geschenke an Hanna, die Königskette ist Baba. Ja, also sie macht da wirklich keinen Fallon, da gibt es ja hier eine Goldkette und sieht auch wirklich sehr schick aus. Ich kenne mich nicht aus mit Schmuck, Freunde, ich weiß nicht, ist das teuer oder nicht. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall sieht dieses Anzug von dem Kleinen oder von der Kleinen nicht sehr Gucci-haft aus. Also ich denke mal, das ist ein ganz normalen bodenständiges kleines Baby. Ja, richtig süß, meine lieben Freunde. Yo, meine lieben Freunde, das war es mit diesem Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, zieht euch die anderen Videos rein. Und ich würde sagen, Peace and out.